Hey Leute, und hier sind wir jetzt beim Meisterschaftsrand 17 Test. Ich gehe jetzt mit einem normalen Loadout rein, also alles voll gemoddet, und los geht der Spaß. Was ist das hier? Okay. Vielleicht hätte ich da nicht das Schance-Wort mitnehmen sollen, aber na egal. Das geht hier schon gut los. Ich muss es gerade ein bisschen spannender machen. Das ist doch richtig langweilig, wenn man zu viel Zeit hat, oder? Oh, weiter weg ging es jetzt auch nicht mehr. Also ich denke mal, wenn man die Sache hier ein bisschen ernsthafter angeht und hier nicht die ganze Zeit runterspringend runterfällt, da ist das mit dem Timer auch eigentlich mehr oder minder entspannend. Wo ist der nächste Orb? Okay, das war jetzt etwas, nennen wir es anspruchsvoller als erwartet, wobei ich auch dreimal runtergefallen bin. Also, ich denke, wenn man nicht komplett fehlt, ist das jetzt nicht so übertrieben schwer. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da, und bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, dass ich jetzt auch ein Abo und 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 ein Abo. Aber ich bin sehr großartiger. Ich bin sehr. Vielen Dank.